ja moin zusammen ich bin's wieder der ham so und ich bin im begriff und versuche mir für 100.000 finanzen einen eigenen lkw zu kaufen mal gucken was ich da so krieg so ich bin jetzt hier ich guck mal jetzt in groningen ich fahr mal nach groningen das ist ein kleiner der kostet 98.000 ab level 14 und der ist ab level den kann ich kaufen den kann ich nicht den händler möchte ich verlassen ja das sind meine e-mails dank ja gut sie haben wir ja schon geholfen wo war der das ist in bremen da bin ich nicht dran da werde ich auch meinen filmsitz haben ja 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 okay ich nehme den hier mal der sie zwar hat es nicht fast ja der sieht auch ätzend aus ne was ist denn das da was ist denn das da was hatte der andere denn ja wo war hier der händler noch weltkarte hier kann man das speichern ich gehe mal hier wieder nein wo sind meine e-mails da sind meine e-mails da sind meine e-mails ja 320 ps gott dann weiß ich dann weiß ich was ich mache dann kaufe ich den darf Jawoll. Suche ausgewählten Händler. Ja. Du bist der Ding, ich kann nicht kaufen. Oh, kann ich die Ausführung ändern? Kann ich die Farbe ändern? Äh. Na Gott, ich kauf den Knaben, so wie er da steht. Tuckuck, okay. Juhu, ich hab mein eigenes Auto. Ja, 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 ob ich noch mal einkauf, das weiß ich noch nicht. Glücklich bin ich da irgendwie ja nicht mit, aber jeder fängt ja mal klein an, ne? Ja. Gut, und jetzt muss ich den da rein fahren, oder was? Oh. Na ja, dann duckeln wir da mal rein, wa? Wir sind daheim. Eingabe, kann man gerade verwalten, was kann man da rein? Ja. Äh. Äh. Nein. So, ich folge jetzt noch mal wieder zu meinen E-Mails und ich glaube, ich nehme den ein, der brandneue... ich glaube, das werde ich mal machen. Das habe ich nämlich beim Anspielen habe ich das nicht gemacht, da habe ich immer von Auftrag zu Auftrag gemacht. Sollten Sie mal ein eigenes Auto verwenden, Sie sich bitte direkt an unsere Beladestation hin. Aha. Beladestation hin. So, das bin ich ja alles hier schon abgefahren, ne? Ja. 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 Kann ich da denn jetzt... Wie komme ich denn jetzt an die Beladestation in Duisbuy? das würde mich jetzt noch mal noch interessieren oder ich gehe mal auf das war Aber dann muss ich jetzt ganz leer nach Blütsburg fahren. Wie kriege ich denn? Aber ich kann jetzt auch nicht ganz nach Blütsburg fahren. Da würde ich doch noch mal... Ja, ja, ich kann ja erstmal eine Tour nehmen, von Bremen nach Duisburg. Genau, Auftragsangebot und dann gucken wir mal, Frachtmarkt. So, Bremen, aber nur nach Hamburg. Na gut, ich fahre einfach mal nach Hamburg. Bremen, Hamburg, als Navi-Ziel eingestellt. So, wenn wir da mal los, wa? Jetzt bin ich auch noch falsch abgebogen. Ah, ist doch nicht wahr, ey. Kann ich hier im Kreis... Ich habe eigentlich auch noch gar keinen Auftrag angenommen. Warte mal, warte mal, warte mal. Auftragsangebot. Frachtmarkt. Bremen, Hamburg, wurde hier. Ja, wo kriege ich denn jetzt mal... Ich muss doch jetzt aber auch erstmal... Ach, Ladung kriege ich hier sicher nebenan, wa? Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie der Scheibenwäsche angeht. Jetzt ist grün. Genau, da hinten muss ich hin. So, da wären wir dann. Na, komm rein hier. Yes. Ja, so, das wär's jetzt mal. Ich such jetzt gleich erstmal den Scheibenwischer und wenn ihr euch dann wieder fragt, äh, was macht Ham, was macht Ham, was macht Ham, was muss ich... Oder, oh, Ham, was hat's alle wieder gemacht. Dann schaut auf den nächsten Teil an, wenn ich wieder Eurotruck Simulator Nummer 2 spiele. Bis dann. Winke. Na, komm her.